Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal StickerTV. Heute der zweite Part von den sechs Boostern und ich würde sagen, wir fangen einfach wieder direkt an und hoffen auf etwas Gutes. So, da haben wir drin Doppel 6, Lehmann und Höger, dann Sommer, Buhadus, Alagui, Philipp, Ducouré, Götz, dann Meier, Paslak und Soriano und das zweite Tütchen für heute. Moment, ich sortiere das nochmal alles schnell um. So, da haben wir drin Rodriguez, dann Kreativdo von Freiburg, Grifo und Bulut, dann der Matchwinner von Timo Horn mit einem starken 97er Abwehrwert, dann Bernardo, Weidenfeller, Gomez, Hinterseer, dann Caligiuri, Top-Fantasy-Spieler Lewandowski und Kumbela. So, das war der zweite Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao.